Willkommen zu einem kleinen Part Dorflebenküste Family Farm. Heute sollte jetzt schon der zweite sein. So. Müssten wir auch gleich reinkommen? Ja. Ich finde meine Family hier schon ziemlich nice aus. Ich hatte schon mal eine größere, aber dann war mein Handy kaputt und dann waren die ganzen Daten weg und ich versuchte mich einzulocken. Das ging irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin mit der Family hier schon befrieden. Das Level von früher wäre vielleicht noch besser gewesen, aber ist jetzt auch egal. Habe ich eh noch Schrott hingebaut und so. Ich nutze die Aufnahmen für Dings, sag ich mal. So. Will ich nicht alles aus Wien geprochen haben? Also wenn wir auf jeden Fall keine lange Folge werden, das wird vielleicht fünf Minuten oder so länger. Wahrscheinlich nicht. Guckt euch das mal an. Ich finde es persönlich sehr schade, dass es nicht streamen kann. Ich kann auch noch streamen. Aber da werden entweder nur drei Sekunden angezeigt vom Stream, also auf YouTube oder woanders streamen kann. Muss ich mal nachgucken. Und wenn da überhaupt mehrere Minuten aufgenommen werden, dann nur irgendwelche Teile vom Stream. Ich weiß nicht, wie es live ist. Ich kann auch in den Kommentaren schreiben, ob es lebt oder nicht. Mit Facecam habe ich jetzt erstmal gelassen. Ja. Gut. Wir haben noch mal Käse abernten. Hier. Ich habe eine Aufgabe. Da kann ich mal irgendwie... Hier. 30 muss man produzieren. Dann kann man das nächste Pfannen schlaufen. 15. 19. 21. 24. 27, glaube ich. Gut. Sauber. Nächstes Tarnland haben wir. Also ein... 20. 75%. Farbenland. 15. 45. 45. 46. 45. 45. 45. 46. 500. so geht es weiter gerade war das nicht so aufgezeichnet habe pause gemacht weil jemand klingelt hat bei uns leider hat irgendwie aufgehört sie nicht verstehe es ist auch egal wenn ich darüber reden hauptsächlich weiter hier können wir noch mal im lager ein bisschen was einsammeln mehl geschenkt mit dem norbeerblatt so was ist das hier eigentlich ist auch egal in München habe ich auch schon ein Labradormännchen glaube ich heißt das auch andere hinzufügen aber dafür brauchen irgendwas weiterkommen so ich glaube ich werde noch ein bisschen zäune umstellen weil auch gut aussehen okay jetzt lassen wir so verabschieden mich auch für den kleinen part familie fahren dort leben küsse dann bis zum nächsten mal